«The Thing». Und «The Thing» heisst ja übersetzt auf Schweizerdeutsch so viel wie «Das Teil» oder eben «Das Irgendetwas». Und wie es so üblich ist, im Horrorfilm ist es «Irgendetwas» meistens ein Monster. So auch in «The Thing». Und das Monster stürzt ab in einem Raumschiff in der Antarktis, wird dort von einer Forscherin gefangen genommen, sozusagen. Und in diesem Ausschnitt in dieser Filmszene, den ich euch jetzt präsentieren darf, bricht das Monster aus und verbreitet Hass und Tod und Mord auf der ganzen Welt. Wie das aussieht, wie leistig das aussieht, sagt ihr euch an. Ich werde eine Gewebeprobe entnehmen. Verhalten Sie das für eine gute Idee? Ja, allerdings. Sie, meine Freunde, werden alle unsterblich, als die Menschen, die diese Entdeckung machten. «Hast du das gehört?» Mein Gott! Jemand wurde angegriffen. Aber ich glaube, allen geht's gut. Entweder hat sich die Person auf wundersame Weise geheilt, oder irgendjemand hier ist nicht er selbst. Er brennt es! Was macht es mit ihm? Es imitiert seine Zellen. Ich denke, dass das Ding seine Beute kopiert und sich dann darin versteckt. Was wollen Sie damit sagen? Dass nicht alle von uns menschlich sind. Es könnte jeder von uns sein. Das Ding darf nicht von hier weg. Denn falls es das schafft, könnten Millionen Menschen sterben. Verhalten Sie ihre Tagungen zu helfen. Tja Picke! Tja Picke! Tja Picke, vermische Zeitung. Und die Zeitung ist wieder eine der Erinnerung von der Stuttelung. Emportiert Sie eine Unterlegung an. Tja Picke! Tja Picke! Tja Picke! Tja Picke, vermischen Zules. Das ist kein verdammter Witz, Mann! Das verfluchte Ding lebt! Ich war in dem Raum. Ich hab nach dem Eis gesehen. Da hat's jetzt rausgesprungen! Liebeslöse, der kann nicht raus. Wir bilden Zweier- und Dreiergruppen. Suchen die ganze Station ab. Falls ihr es findet, laut ruft, keine Alleingänge. Verstanden? Und passen Sie auf. Wir wissen nicht, wie es reagiert. Die Flucht- und Dreiergruppen. Riggs, hast du die Affen gelassen? Nicht, dass ich müsste. Scheiße. Hey, seid bloß vorsichtig, Mann. Das Ding ist glatt durch die verdammte Decke gesprungen. Bisschen, Bisschen, Lange. Ach, du Scheiße. Das Ding ist glatt. Das ist glatt. Vorsicht, ja. Vorsicht, ja. Ich helvete. Wir müssen die anderen henten. Hilfe! Hier drüber! Hilfe! Bleibt uns bitte hierher! Bleibt uns bitte hierher!